Was ist denn hier? Klettern, nicht klettern, warten du. Da unten ist der Ein-Yang. Geht man hier irgendwie wieder raus? Hallo? Hä? Alter, was für ein Weg, ich möchte hier hoch. Geht man hier? Geht man hier? Geht man hier? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, jetzt genau Existiert doch noch ein paar Sorry, ups Komme ich da drüben hin? Ich muss da oben hin Bye da ist die dritte kontrol Der zweite Pumpe ist verabschiedet. So far so gut. Bleib auf, Raven. Das ist der Plan. Steig auf. Wer hat die so bemühen brauchen hier oder was? Ne, hallo. Ist natürlich doof, wenn das Wasser runter geht. Jetzt muss man die Frage, wie komme ich bei dem dritten nach oben? Dort hinten durch den durch ihn? Wir gehen anderen Weg. Oh, ich habe Glück gehabt gerade mit dem Hechtsprung. oh tatsache ist trotzdem noch die frage wie kriegen wir diesen kopfgeld heini wir finden nichts nichts in wir weder irgendein blühen koffer mit irgendeinem fahnelumpe noch was wir einsammeln müssen einsammeln können wie man das jetzt sehen will nix nix versteht nicht rennst du schon alles ab was also so weit wie möglich alles ja war die erste haben wir noch gedacht wird alt gut so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay Große Tore bleiben zu warten Okay Jetzt sind wir nach unten Also wenn dit jetzt nach Aha 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 Okay 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 Und Okay 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, guck mal hier Ankäuferchen Das ist unweilig, ne? Oh, guck mal hier Oh, guck mal hier Offizier So, wie viele von den Prinzen sind jetzt hier auf der Seite Oh, guck mal Gut, der ihn, oder? Nee, hier ist noch einer Copy that Mobilizing search Standby Out Oh, guck mal hier Oh, guck mal hier Wir haben eine Explosion in Sektor 4. Wir brauchen Orders, über. Big CR-1, wir haben einen Sniper auf uns, über. Roger that. Wir sind an den Sektor 4. Wir suchen von Cover, über. Ich bin empty! Was war er denn jetzt? Ach, beschäm mich nicht. Verdammt normal. Er war leichtsinnig, war leichtsinnig. Letzter Spielstand. Mach doch bitte, Mann. Mach doch bitte, Mann. Hat ihr Kopf gezielt? Halt, wichtige Information. Müsst wahrscheinlich. Schlau, Teil, wiesn mich ja. Schlau, Teil, wiesn mich ja. Schlau, kein Moment. Schlau. Ich kann, Raven. Die Luftzeள 82. Man muss die Behn auf der Seite jetzt trotzdem erst mal killen. Klingt mehr an das. Der andere Prinz. Fingst du gerade ein bisschen... Nee, nee. Nee. Da muss ein anderes Spiel kommen, damit ich verzweifelte Dinge. Da ist er. Da ist er. Der Hühner Schräger. Nee, verzweifelt ist das nicht. Das ist immer so ein Ärgernis, muss ich ehrlich sagen. Also weil ich weiß, dass es anders geht, ärgere ich mich darüber. 80 Meter. 80 Meter, bewegte Ziel. Oh, nicht schlecht. Alle Bede gleich. Jawoll. Doppelter Schuss. Jawoll. Ja, schön. Jena kann rummeckern. Da liegt er rum. Äh. Oh. Äh. Äh. Oh. Mach gern um. Oh. Äh. 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 Ach so. Sierra 1 to base. We can see the hostile. Clear. Victor 3 to base. We have enemy contact. Over. Hotel 152 HQ. We have visuals on Tango. Over. Roger. Fire at will. Out. Base. Enemy contact in Sector 4-0. Clear. He's dead. Man down. Roger. Fire at sight. Out. Shit. Grenade. Cover me. HQ. We have eyes on Tango. Clear. Hotel 152 HQ. We have visuals on Tango. Over. HQ. We have eyes on Tango. Clear. Copy. Form of. Fire. Fire at sight. Out. What? Total dämlich. So oder so. Total dämlich. Ihr kommt hier nicht weg. Nein, ihr kommt nicht weg. Neh, die Treppe hoch. . . . . . Wir haben einen Anfaktor, wir haben einen Anfaktor, hier! Perimeter ist breit! Wir haben einen Anfaktor! warum sollten die kinder haben was mussten da noch drücken wie für 100 tasten muss man denn drücken um irgendwas zu machen wie bitte schön funktionierte dort am seil und sich da noch mal drücken um den festzuhalten oder wenn ihr umsonst da habt ihr drückt ok hier mal blöd angestellt und fünfte mal ohne mal ich möchte jetzt ja einen schuss abgeben ja so mal kurz zum pust abwehren ja sagt obfühle attack auf einmal Was ist das? Ach, nur E drücken. Schlaue Sache. Jetzt sind wir wieder da, wo wir schon mal waren. Ich dachte, ich komme jetzt hier rum oder so. Um da unten reinzukommen. Vielleicht so ein bisschen. Schlaue Sache. Schlaue Sache. Schlaue Sache. Schlaue Sache.